Das war also Kasperl Theater, so wie es früher war. Heutzutage hat man ein ganz anderes Spielzeug. Diese Boxpuppe von Mohamed Ali, die kann so bedient werden, so mit Kneifen und so. Die Kinder können ganze Boxspieler machen und mit Mohamed Ali hat unser nächstes Spiel zu tun. Denn unsere Kandidaten hier durften Mittwoch, da haben wir das vorher aufgezeichnet, in München in Ziggelskrone boxen mit dem größten Boxer. Denn es hat die Weltkrieg, mit Mohamed Ali, das werden wir jetzt sehen. Kommt gleich, hoffentlich, dachte ich, da ist es, jetzt. Kommt ihr mal hier. Ruh, he? Goed, dann nehmen Sie mal Platz. Bitte. Bitte, dann ist er Platz. Wer ist first? Ich würde sagen, wenn... Ladies first. Ladies first, ja. Okay. Frau Fa, damen am vorang. Sie erst, ja. Okay. Bitte. Gain arms vor mir. Don't be afraid. Don't be afraid. Come on, man. Okay. Okay. Ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 2. 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So. Ali, wer ist der Nächste? Er möchte einen einfacher am Anfang haben und der schwerste, also ich glaube, der letzte ist dieser. Ich will ihn letzte. Ja. Okay. Wimfried? The old man. The old man? Yeah. Okay. Old man River. Come on. Heute ist er nicht freundlich, dass wir es wissen. Ja, das weiß er schon. Can you go to the middle, please? Ja. 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 Ja, da. Woah. All right, all right, all right. Speak English. Something simple, something easy is waiting for you. Something easy? Look here, very easy. Now you tell him, with everybody else, I play. But with him, I'm serious. I didn't know Germans had African hairstyles. Er wusste nicht, dass Deutsche auch afrikanische Hader haben. Let's shave him. Get back. Get back. I'm serious. It's and stuff. Get back. 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 I see you have crazy people in all countries. He shouldn't be on the streets. Get back. 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 Okay, und der letzte. Dermal, in der Mitte. Jetzt hat der Angst. Tell them he looks like Elvis Presley. Das sieht aus wie Elvis Presley, ja? Okay, the last one. He is the biggest. He is the greatest, he said. He said he is the greatest. No, he didn't say that. He called me black. Yes, he called me a name. He said he don't like my people. That's what he said, yes. Tell him he's in trouble. He made a mistake when he hit me in my face. Where are you? Come on. Come on. Good jong. Tja, 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 tja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Beine, die sind in der Hose. Können wir mal ein bisschen so gehen? Ein bisschen so gehen. Okay. Ali gibt jetzt symbolisch ein Buch für die Punkte die am besten waren. Das heißt, vier Punkte hat Frau Fah gekriegt und drei Punkte hat Herr Onko Grünan-Nolting gekriegt. Zwei Punkte hier. Okay, und jetzt möchte ich noch eine Sache sagen. Mohamed Ali, du bist nicht nur der größte Boxer der Welt, du bist auch der größte Entertainer, der größte Showmaster. Und herzlichen Dank. Du bist auch. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus